Genau, können wir gleich hinauf machen. Einfach durch die Mine durch und gewinnen. Dann mache ich das gleich so. Jetzt 10 Minuten. Ja, aber ich wollte hier noch eine Dynamitstange mitnehmen. Jetzt stehen bleiben hier. Ich habe nicht mal einen oder so. Nach dem Fight, wenn man Sieg kriegt, ist uns dann Geld. Ich hätte Schalldämpfer. Soll ich? Soll ich noch rein? Na dran, lass doch noch rein. Einfall unauffällig. Ich glaube, das war der lauteste Weg, um die jetzt auszuschalten. Na, die Dynamit fährt ich noch. Pass auf, links unten müssten wir noch die anderen. Ich sehe es ja nicht. Okay, krass, wenn man die jetzt schon hört. Ich sehe es ja nicht. Auf geht's. Ich sehe es für mich. 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 Okay, das ist für mich. Wir könnten schon die mit Bounties halben fliegen. Was ist das? Wir sind Russen. Warum? Wie kommt es hier drauf? Hit! Ich glaube aber ich habe einen anderen getroffen, es waren zwei Leute Wo ist er denn? Draußen Ich habe den nicht gehört! Ich auch nicht Null Der war auf einmal hinter uns und tot Ja und ich und ich habe mich ja wieder umgedreht um hier rein zu schauen Holy fuck Alter was war das denn jetzt für eine Scheiße Oh ne Ja dann komm her Eigentlich möchte ich den kurz looten oder so Ja 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 Ich komme zu alt Das sind halt die Leichen irgendwie beworben Hinten da 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 Du schießt, du fehlst Ja ich habe ihn schon getroffen Ja 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 Die sind tot Lol Hab ich den gekillt? Links Links Ich hasse die Mine Ich hasse die Mine Ich hasse die Mine Hast du den? Ruhig auf Ich muss hinten schauen Du das Du das das ist nur einer oder 3 13 13 ja komm lass uns mal weg eigentlich müssten wir mit dem schwurzeichen vielleicht teilen das ist meine meine kaosbombe meine kaosbombe und ich brauche nun ja das ist eigentlich raus oder so lasst uns einfach rauslaufen das war genug stres für holland